hallo ja priester schlacht sich zuerst rein ihr müsst raus und wachten weg hier von der türe junge hallo komm bist du da bist du ja wer steht denn hier das sektar ist alle anwesenden mal eine frage wie hast du zwei knüppel in der hand bei mir das sieht ein bisschen kurios aus wie die türsteher kommen die nur auf solche ideen jetzt verärzt da habe ich gar nicht eingeweiht wie du zuerst rein du musst der position gehen wusste davon nix so ich mach dir jetzt hier auf genau geh du nach oben tut du musst uns dann reinrufen geh mal weg ja ich mach die türe ja richtig kai du musst reingehen du bist du bist gast ja oder du kannst auch im akkordeon setzen sich rechts in die ecke setzen so muss sagen wenn wir rein können so kommen neanderthaler ja ich mach der buch und geh die türe ja ich mach der buch und geh die türe ja ich die braut muss vorgehen langsam mit gefühl ja ich mach der buch und geh das Da vorne die Stühle Sie rote die Throne und sie cutt ihr Heid Und von der Leyen sie dreht ihr Heid Ja Da vorne die Stühle Da vorne die Stühle Da vorne die Stühle Da vorne die Stühle Ja, die Stühle Da vorne die Stühle der hat der schwäche anfall der kreislauf sagen müssen wir müssen bei nacht heiraten hier ist das heißt wir gehen noch mal hier ist das müssen wir bei nacht machen alter kai hast du kreislauf Da ist noch mein Glück, mein Glück im Gepäck. Also die Probe ging ja mal vor. Wir üben da gleich noch mal in der Nacht. Ey nochmal, stirbt er bei der Hochzeit, haa. Ja, ich mein... Du hast ja auf jeder Hochzeit achten, der die zusammen schafft, ne? Oh nein, mein Herz. Das ist so schön. Warte, weg. Achtung, wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben jetzt ingame 13.26. Ich würde sagen so 21 Uhr ingame hier 3.25 Uhr. Warte, ich kann essen, da ist der Kunde. Warte, warte.